Wir kommen zu Punkt 27, dem letzten Punkt der Tagesordnung für heute. Beschlussfassung über den vom Ausschuss für Eingaben eingebrachten Antrag betreffend Beschlüsse zu Petitionen. Übersicht Nummer 4, die Drucksache 17489. Ich eröffne die Aussprache. Wortmeldungen sind nicht eingegangen. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag Drucksache 17489. Wer für die Annahme der Drucksache 17489 ist, den bitte ich, eine Hand zu erheben. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Vielen Dank. Ich stelle fest, dass der Antrag Drucksache 17489 einstimmig angenommen ist. Zugestimmt haben SPD-Fraktion, CDU-Fraktion und AfD-Fraktion.